Los geht's! Kleiner roter Traktor ist überall bekannt. Mit Jan am Lenkrad zieht er übers Land. Er ist kein Riese, aber mutig steht's. Kleiner roter Traktor, los geht's! Schleppi, Flitzer und der große Blaue sind mit ihm gern unterwegs. Kleiner roter Traktor, los geht's! So, das war's. Das war der Letzte. Weißt du, es war nett, von Herrn Juncker und seine Küchenstühle für unser Fest gestern zu leihen. Und von Walter war es nett, uns seine Kühlbox zu leihen. Weißt du, es ist toll, so hilfsbereite Nachbarn zu haben. Da kommt einer von ihnen. Sei schön brav. Guten Morgen, Stumpi. Hallo, Jan. Oh, danke. Bist du in Eile? Wieso in Eile? Oh, ja, ich hab verschlafen. Bleib's dabei? Darf ich mir deine Leiter leihen? Natürlich. Sie ist in der Scheune. Nimm sie mit. Ich glaub, ich hab's auf deinem Fest gestern ein bisschen übertrieben. Ich glaub's nicht, dass ich Herrn Juncker angeboten habe, beim Fensterputzen zu helfen. Was hab ich mir nur dabei gedacht. Ähm, Stumpi, ist es nicht besser, wenn ich dir die Leiter nachher dahin bringe? Ich muss da sowieso hin, nachdem ich bei der Werkstatt war. Nein, nein, das geht wunderbar. Vielen Dank, Jan. Oh, 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 bis später. Gleich hab ich's, Schleppi. Halt, steh. Baby leicht. Klasse, Schleppi. Also gut. Der Regen kommt irgendwo hier vorn durch. Dann muss das Loch also ungefähr, äh... Aha. Tarah, da haben wir's ja. Es gibt ein Loch in dem Dach hier, lieber Walter, lieber Walter. So, alles bestens. Ich bin hier und schon können wir loslegen. Wohl verschlafen, hm? Tja, ich weiß nicht. Ich warte hier schon stundenlang auf Sie, Herr Juncker. Vielleicht sogar noch länger. Ist ja gut, ist ja gut. Entschuldigung, ich komm zu spät. Ich muss es gestern Abend übertrieben haben. Aha. Hm. Ist ein bisschen wackelig. Na dann nach oben damit. Aha. Auf, auf. Sie wollen, dass ich da raufsteige? Aber natürlich. Ich hab darüber nachgedacht und so ist es wirklich am besten. Wenn Sie da oben sind und ich hier unten. Na gut. Wenn Sie meinen, dass es so am besten ist, dann müssen Sie aber die Leiter festhalten. Hm? Was? Oh ja, 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 natürlich. Drauf. Also, wo hab ich denn nur die neue Plane hingelegt? Aha. Es ist doch immer dasselbe. Immer an dem Platz, an dem man als letztes sucht. Gut, jetzt werden wir alles schön abdecken und festmachen. Und dann geht's zu Walter. Klasse. Du hättest statt Mechaniker lieber Dachdecker werden sollen. Das war ne tolle Leistung, Walter. Nicht doch! Hey! Hey! Warte mal, Nicola! Ich muss hier doch wieder... ...runter. Oh nein! Oh, das ist ein wenig unpraktisch. Ich kann von hier unten überhaupt nichts sehen. Ich weiß. Ich werd nach oben gehen und dann kann ich mir seine Putzerei von innen ansehen, um sicher zu gehen, ob er auch sauber putzt. Sei nicht sauer, wenn man dir die Leiter weggenommen hat. Du bist zwar auf dem Dach, dort das Gespräch der ganzen Stadt. Du hast das Loch gestopft, sodass es nichts mehr ertropft. Und morgen läuft da unten wieder alles glatt. Weiter! Was? Oh, äh, hallo ihr da unten. Was machst du da oben? Tja, ähm... Ja, ähm, ich hab das Dach repariert und, äh... Und jetzt sitze ich hier oben fest. Könntest du mir vielleicht irgendwie runterhelfen, Jan? Ich sitze schon ne Ewigkeit hier oben. Keine Angst, der kleine rote Traktor und ich werden dich da schon irgendwie runterkriegen. Gut, gut. Gute Arbeit. Ähm, Stumpi, hier noch ein bisschen. Ich dachte, sie würden die Leiter festhalten. Was? Ich sagte, ich dachte, sie würden die Leiter festhalten. Ich kann kein Wort hier drinnen verstehen. Ich sagte hier noch... Oh! Oh, nein. Oh, nein. Ist das hoch? Oh, warum passieren nur immer mir diese Dinge? Wie sieht's bei dir aus, Walter? Ja, das wird halten. Äh, ich will dann soweit. Gut. Vorwärts. Schön langsam, ja? Sehr gut. Noch ein kleines Stückchen weiter. Perfekt. Bleib da stehen, kleiner roter Traktor. Wir sind bereit. Nehm allen Mut zusammen, Walter. Mut ist mein zweiter Vorname. Ich komme. Jetzt gibt's kein Zurück mehr. Und abwärts geht's. Das war toll. Danke, Jan. Danke, kleiner roter Traktor. Kein Problem. Für dich war das schwieriger. Ich bin wieder gesund und munter unten. Was kann ich für euch tun? Eigentlich wollte ich dir nur deine Kühlbox zurückbringen und das hier. Das musst du gestern Abend beim Tanzen verloren haben. Mein Kamm. Na, klasse. Übrigens, das war ein tolles Fest gestern. Ja, ich seh wirklich gut aus. Ich mach mich jetzt mal auf den Weg zum Gutshof. Da muss ich auch noch ein paar Dinge zurückgeben. Oh, könnte ich mitfahren? Klar doch. Juhu! Was soll ich denn nur machen? Juhu! Nach wem Juhu'n Sie denn da? Nach Ihnen Juhu' ich, nach Ihnen! Hören Sie auf mit diesem Juhu! Ich versuche nachzudenken. Und? Ist Ihnen was eingefallen, wie Sie mich hier runterholen? Nein. Wenn Jan hier wäre, wüsste der, was zu tun wäre. Er ist aber nicht hier. Ich bin hier und ich muss nachdenken. Also bitte ich um ein kleines bisschen Ruhe und Frieden. Oh nein, das fehlt mir jetzt gerade noch. Hallo ihr, ein wundervoller Tag. Hallo. Ich bringe Ihre Stühle. Juhu! Juhu, Stumpi! Was macht Stumpi denn da oben? Nun ja. Oh nein. War das da meine Leiter? Hm, ich fürchte ja. Was ist passiert? Stumpi ist mit der Leiter umgefallen. Ich bin mit der Leiter nur umgefallen, weil Sie mir die Finger eingeklemmt hatten. Was hatten Ihre Finger da überhaupt zu suchen? Sie sollten doch die Leiter festhalten. Nur die Ruhe, Freunde. Sollten wir, äh, nicht erst mal Stumpi da runterholen? Da hat er recht. Als erstes müssen wir sehen, wie wir Stumpi da runterkriegen. Na ja, ich, ähm, habe schon sehr angestrengt darüber nachgedacht. Es gibt absolut keine Möglichkeit, ihn da runterzuholen. Also muss er da oben warten, bis wir eine neue Leiter besorgt haben. Aber ich will hier sofort runter. Warte mal. Ich glaube, ich habe eine Idee. Wir brauchen diese Plane da, Walter. Und, ähm, und idealerweise eigentlich vier Männer. Das wird niemals funktionieren. Natürlich funktioniert das. Das haben Sie ein bisschen vertrauen. So. Sind alle bereit? Bereit. Bereit. Und gut festhalten. Okay, Stumpi. Wir sind jetzt soweit. Oh Mann, oh Mann. Na los, Stumpi. Du schaffst das. Da bin ich mir allerdings nicht ganz so sicher. Los geht's, Stumpi. Wir zählen bis drei. Eins. Zwei. Drei. Ach, es hilft ja nichts. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Autsch. Ja, ha. Das war's dann. Ist alles in Ordnung? Ähm, tja, mir, 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 mir geht's gut, ja. Nur, ähm, das mit, ähm, das mit der Leiter ist schlimm. Ich werde das unangenehme Gefühl nicht los, dass es meine Schuld ist. Also besorge ich Ihnen morgen eine neue. Das finde ich sehr nett. Danke, Herr Juncker. Äh, danke, Jan. Und danke, kleiner roter Traktor. Stumpi und ich wären ohne eure Hilfe aufgeschmissen gewesen. Danke euch beiden. Ich würde jetzt besser mal zurück zur Mühle gehen. Ich wollte zum Mittagessen schon zu Hause sein. Macht's gut. Bis später. Wiedersehen. Ja. Wir sammeln dich schon irgendwo wieder auf. Hahaha. 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 Ich sag dir hier noch ein... Oh! Oh nein. Ist das hoch? Warum passieren nur immer mir diese Dinge? Wie sieht's bei dir aus, Walter? Ja, das wird halten. Äh, ich will dann soweit. Gut, vorwärts. Schön langsam, ja? Sehr gut. Noch ein kleines Stückchen weiter. Perfekt. Bleib da stehen, kleiner roter Traktor. Wir sind bereit. Nehm allen Mut zusammen, Walter. Mut ist mein zweiter Vorname. Ich komme. Jetzt gibt's kein Zurück mehr. Und abwärts geht's. Das war toll. Danke, Jan. Danke, kleiner roter Traktor. Kein Problem. Für dich war das schwieriger. Ich bin wieder gesund und munter unten. Was kann ich für euch tun? Eigentlich wollte ich dir nur deine Kühlbox zurückbringen. Und das hier. Das musst du gestern Abend beim Tanzen verloren haben. Mein Kamm. Na, klasse. Übrigens, das war ein tolles Fest gestern. Hm. Ja, ich sehe wirklich gut aus. Ich mache mich jetzt mal auf den Weg zum Gutshof. Da muss ich auch noch ein paar Dinge zurückgeben. Oh. Könnte ich mitfahren? Klar doch. Ja, ich sehe mich jetzt mal auf den Weg zum Gutshof. Juhu. Mechaniker lieber Dachdecker werden sollen. Das war eine tolle Leistung, Walter. Nicht doch. Hey, warte mal, Nicola. Ich muss hier doch wieder... ...unter. Oh, nein. Oh, das ist ein wenig unpraktisch. Ich kann von hier unten überhaupt nichts sehen. Ich weiß. Ich werde nach oben gehen und dann kann ich mir seine Putzerei von innen ansehen, um sicher zu gehen, ob er auch sauber putzt. Sei nicht sauer, wenn man dir die Leiter weggenommen hat. Du bist zwar auf dem Dach, dort das Gespräch der ganzen Stadt. Du hast das Loch gestopft, sodass es nichts mehr ertropft. Und morgen läuft da unten wieder alles glatt. Weiter. Was? Oh, äh, hallo ihr da unten. Was machst du da oben? Tja, ähm, ja, ähm, ich hab das Dach repariert und, äh, und jetzt sitze ich hier oben fest. Könntest du mir vielleicht irgendwie runterhelfen, Jan? Ich sitze schon eine Ewigkeit hier oben. Keine Angst, der kleine rote Traktor und ich werden dich da schon irgendwie runterkriegen. Gut, gut, gute Arbeit. Ähm, Stumpi, hier noch ein bisschen. Ich dachte, sie würden die Leiter festhalten. Was? Ich sagte, ich dachte, sie würden die Leiter festhalten. Ich kann kein Wort hier drinnen verstehen. Leppi, halt still. Baby leicht. Klassisch, Leppi. Also gut. Der Regen kommt irgendwo hier vorn durch. Dann muss das Loch also ungefähr, äh... Aha, ta-ra, da haben wir's ja. Es gibt ein Loch in dem Dach hier, lieber Walter, lieber Walter. So, alles bestens. Ich bin hier und schon können wir loslegen. Wohl verschlafen, hm? Tja, ich weiß nicht. Ich warte hier schon stundenlang auf Sie, Herr Juncker. Vielleicht sogar noch länger. Ist ja gut, ist ja gut. Entschuldigung, ich komm zu spät. Ich muss es gestern Abend übertrieben haben. Aha. Ist ein bisschen wackelig. Na, dann nach oben damit. Auf, auf. Sie wollen, dass ich da raufsteige? Aber natürlich. Ich hab darüber nachgedacht und so ist es wirklich am besten. Wenn Sie da oben sind und ich hier unten. Na gut, wenn Sie meinen, dass es so am besten ist, dann müssen Sie aber die Leiter festhalten. Hm, was? Oh ja, 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 natürlich. Drauf. Also, wo hab ich denn nur die neue Plane hingelegt? Aha. Es ist doch immer dasselbe. Immer an dem Platz, an dem man als letztes sucht. Gut. Jetzt werden wir alles schön abdecken und festmachen. Und dann geht's zu weiter. Klasse. Du hättest statt... Los geht's! Kleiner roter Traktor ist überall bekannt. Mit Jan am Lenkrad zieht er übers Land. Er ist kein Riese, aber mutig steht's. Kleiner roter Traktor. Los geht's! Schleppi, Flitzer und der große Blaue sind mit ihm gern unterwegs. Kleiner roter Traktor. Los geht's! So, das war's. Das war der Letzte. Weißt du, es war nett von Herrn Juncker und seine Küchenstühle für unser Fest gestern zu leihen. Und von Walter war's nett, uns seine Kühlbox zu leihen. Weißt du, es ist toll, so hilfsbereite Nachbarn zu haben. Da kommt einer von Ihnen. Sei schön brav. Guten Morgen, Stumpi. Hallo, Jan. Oh, danke. Bist du in Eile? Wieso in Eile? Oh, ja, ich hab verschlafen. Bleib's dabei? Darf ich mir deine Leiter leihen? Natürlich. Sie ist in der Scheune. Nimm sie mit. Ich glaub, ich hab's auf deinem Fest gestern ein bisschen übertrieben. Ich glaub's nicht, dass ich Herrn Juncker angeboten habe, beim Fensterputzen zu helfen. Was hab ich mir nur dabei gedacht. Ähm, Stumpi, ist es nicht besser, wenn ich dir die Leiter nachher dahin bringe? Ich muss da sowieso hin, nachdem ich bei der Werkstatt war. Nein, nein, das geht wunderbar. Vielen Dank, Jan. Oh, 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 bis später. Gleich hab ich's. Was soll ich denn nur machen? Juhu! Nach wem Juhu'n Sie denn da? Nach Ihnen, Juhu' ich, nach Ihnen! Hören Sie auf mit diesem Juhu. Ich versuche nachzudenken. Und? Ist Ihnen was eingefallen, wie Sie mich hier runterholen? Nein. Wenn Jan hier wäre, wüsste der, was zu tun wäre. Er ist aber nicht hier. Ich bin hier und ich muss nachdenken. Also bitte ich um ein kleines bisschen Ruhe und Frieden. Oh nein, das fehlt mir jetzt gerade noch. Hallo ihr, ein wundervoller Tag. Hallo, ich bringe Ihre Stühle. Juhu! Juhu, Stumpi! Was macht Stumpi denn da oben? Nun ja. Oh nein. War das da meine Leiter? Hm, ich fürchte ja. Was ist passiert? Stumpi ist mit der Leiter umgefallen und... Ich bin mit der Leiter nur umgefallen, weil Sie mir die Finger eingeklemmt haben. Was hatten Ihre Finger da überhaupt zu suchen? Sie sollten doch die Leiter festhalten. Nur die Ruhe, Freunde. Sollten wir, äh, nicht erst mal Stumpi da runterholen? Da hat er recht. Als erstes müssen wir sehen, wie wir Stumpi da runterkriegen. Naja, ich, ähm, habe schon sehr angestrengt darüber nachgedacht. Es gibt absolut keine Möglichkeit, ihn da runterzuholen. Also muss er da oben warten, bis wir eine neue Leiter besorgt haben. Aber ich will hier sofort runter. Warte mal. Ich glaube, ich habe eine Idee. Wir brauchen diese Plane da, Walter. Und, ähm, und idealerweise eigentlich vier Männer. Das wird niemals funktionieren. Natürlich funktioniert das.